Hallo! Ich hoffe, du hast einen ganz guten, wunderbaren Start in diesen Sonntag erlebt. Wir haben den 27. Oktober, wir haben den Neumond im Skorpion und ich hoffe, du hast heute einen ganz guten Tag und du bist hoffentlich auch ganz gut in die neue Maya-Welle mit diesen 10 Portal-Tagen gestartet. Ich bringe dir heute dein Sonntags-Orakel, dein Wochen-Orakel, wo du dir einen von diesen drei Stapeln aussuchen kannst. Du kannst ihn auch mit Themen besetzen. Das sind alles Themen für deine nächste Woche. Wo gibt es vielleicht für dich einen Lernimpuls, etwas, was du mitnehmen darfst, etwas, was du dir anschauen darfst. Und ich habe hier noch für uns eingangs eine Energie gewählt aus einem indischen Götter-Orakel. Und das sind hier die Kipper-Karten, die traditionellen, wo du dir dann eine Auswahl treffen darfst. Ich fange gerade als erstes an mit dem indischen Götter-Orakel. Und wir schauen mal, was hier zu dir möchte kommen, was dir möchte mitteilt werden für diese Woche, was für dich wichtig sein soll. Agni, ich schenke der Welt das Feuer meines Herzens. Wow, das ist so schön. So eine schöne Energie. Und es ist spannend, dass das mit diesem Feuer kommt, weil wir sind auch jetzt im Moment seit dem Freitag auf der Maya-Welle vom göttlichen Feuer. Und das göttliche Feuer hat auch mit dem Lebensfeuer von uns, mit dem Kundalini-Feuer, hat ganz, ganz starken Einfluss auch in diese Bereiche. Und Agni, möchte ich dir eigentlich sagen, für die nächste Woche ist es so wichtig, dass du dein eigenes Lebensfeuer wieder gut spürst. Für was brünnst du? Was ist so das Wichtigste für dich im Leben? Wo möchtest du dich so voll reihenken, reingehen? Vielleicht gibt es Lebensthemen in deinem Umfeld, wo du sagst, ach, das möchte ich schon so lange mal machen und ich schiebe das immer vor mir her. Und das ist so wichtig, dass du das Lebensfeuer wieder spürst, weil wir sind ja auch im Moment in dieser Maya-Welle vom göttlichen Feuer. Und folglich wäre es gerade eine gute Gelegenheit, um die Energie zu nützen, um wirklich die Täufe von diesem göttlichen Feuer einzudringen und das wirklich auch auf dich zu nehmen und zu spüren, was dir gut tut. Also vielleicht gibt es Themen, Kürze, was auch immer, die du schon lange, lange mal hast du machen, wo du sagst, ach, ich habe das immer ein bisschen auf die lange Bank geschoben, ich habe mich damit nicht näher angenommen, vielleicht aus Angst, aber vielleicht auch einfach aus Bequemlichkeit, dann ist jetzt wirklich so die Zeit dafür reif, um das Feuer so richtig zu entzünden und dort so in deine Kraft, in deine Schöpferkraft auch zu kommen. Merke ich da, weil da wartet noch ganz viel Potenzial auf dich und wenn du dich mit deinem Feuer beschäftigst oder deinem Lebensfeuer auch wirklich annimmst, dann kann wirklich ganz viel Grosses auch aus dir entwachsen und auch Themen, die einerseits schon lange darauf warten, dass sie verbrannt werden können, aber andererseits auch, dadurch wirklich auch in deine Blüte kannst du kommen, also wirklich in deine Feigheiten, in deine Talente. Und ja, vielleicht hast du auch Lust, nächste Woche mal irgendwo ein kleines Feuerritual zu machen, vielleicht hast du auch Gelegenheit, ein Feuer zu entzünden und auch zu schauen, wie das so bränt, weil das ist einfach auch sehr, sehr schön, das hat ja auch so etwas Meditatives, wie man so am Feuer zuschauen kann und auch zu schauen kann, wie das so bränt und wie das so mit dem Element Luft auch mit sich verbindet. Das Feuer braucht ja immer auch Luft, der Partner vom Feuer ist das Luftzeichen, die Luft generell. Und das sind beides zwei maskuline Energien und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen. Also überprüfe du auch bei dir, was gibt es für Themen, die dein Lebensfeuer so richtig entzünden? Wo gibt es von dir seither Themen, Sachen, wo du so zu fühlst, ah, das ist so schön, das möchte ich unbedingt machen, für das bräne ich so richtig. Und Agni ist natürlich wirklich einfach eine sehr, sehr lebensbejahrende Energie. Und mit Agni gibt es zwei Aspekte, es gibt auch so ein Feuerritual, das du machen könntest. Zum Beispiel eben das Agnihotra, das ist sehr ein bekanntes indisches Feuerritual, das man mit einem Kuhfladen oder so mit trocknetem Kuhfladen ein Feuer entzündet. Zusammen mit Ghi, also mit geschmutziger, eingesottener Butter. Und das zündet man dann so in einem viereckigen Kupfer, ja, so einem Kupferpfändchen an. Und sinnvollerweise natürlich von aussen, du kannst es auch drinnen machen, es gibt einfach ziemlich viel Rauch, aber sinnvollerweise von aussen, weil das geht sehr, sehr hoch in die Luft, fast bis 10 Kilometer hoch und hat einen Radius von fast 1,5 bis 2 Kilometern. Und das ist sehr, sehr reinigend. Also es kann sehr, sehr reinigend und befreiend sein, so ein Agnihotra-Ritual zu machen. Und man macht das immer mit dem Sonnenlauf, mit dem Sonnengang. Also das heisst, zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, weil die Sonne ist ja auch ein Symbolbild vom Feurelement, von unserem Lebensfeuer, von unserer Dynamik, von unserer Kraft, oder? Und mit Agni geht es auch darum zu schauen, wo unterdrückst du deine Lebenskraft, wo unterdrückst du dein Lebensfeuer, wo kannst du nicht feuervoll, grossartig, kraftvoll, dynamisch dir zeigen, so wie du bist und deine Dynamik auch leben, das ist ja nichts Negatives, oder? Wir sind ja so oft in der Vergangenheit, auch aufgrund von unseren Ahnen, zum Teil unterdrückt worden, in unserem Lebensfeuer. Gerade auch viele Frauen haben ja auch gerade durch das Feuer viel Unterdrückung erlebt. Ich denke da an die Hexenverbrennung, oder? Da ist auch wiederum das Feuerthema, das da reinspielt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass du deinen eigenen solaren Anteil, den Feueranteil, den selbstbewussten Anteil von dir, unbedingt wieder erwecken, damit du da in deine Kraft kommst. Agni, da steht auch oben dran, Respekt, hat mit Respekt dir selber gegenüber zu tun. Also, in welchen Bereichen bist du vielleicht mit dir noch nicht so respektvoll, unterdrückst du dich unter Grabschen Energie von dir selber, die eigentlich rausgehen möchte, die sich mit anderen Menschen verbinden möchte, die einfach deine Kraft zeigen möchte. Also, unterdrück dich auch nicht, sondern geh wirklich in deine Lebendigkeit, geh in deine Strahlkraft, zeig das sonnige Wesen, wo du bist und teile das mit anderen. Das brauchen wir so dringend auf dieser Welt. Niemand profitiert davon, wenn du dich klein machst, niemand profitiert davon, wenn du nicht in deinem Selbstbewusstsein bist, sondern zeig deine Kraft, zeig deine Dynamik, zeig, was in dir drin ist, damit du dich auch vollumfänglich kannst in dein eigenes Feurelement eintauchen. Agni hat aber auch noch einen anderen Aspekt, das ist im Ayurvedischen das Verdauungsfeuer. Und das Verdauungsfeuer, das ist vor allem um die Mittagszeit aktiv und da wäre es vielleicht für dich auch noch wichtig, zu überprüfen, was hast du für eine Ernährung. Das heisst, am wichtigsten ist die Ernährung am Mittag, dass du dann deine Hauptmahlzeit einnimmst. Und nicht unbedingt am Abend oder am Morgen, sondern wirklich am Mittag, weil dann das Verdauungsfeuer besonders stark ist und dadurch auch die Verwertung besser erfolgen kann. Mit Agni hast du natürlich auch die Möglichkeit, dein eigenes Feuer noch stärker zu entzünden und dem möglichst viel Kraft zu geben. Und das könntest du zum Beispiel machen, indem du Ingwer zu dir nimmst. Und den Ingwer, wie du den zu dir könntest nennen, das gibt es natürlich in verschiedensten Formen, sei das als Bufür, sei das als Ingwer-Tee, sei das aber auch roh als Ingwer oder einfach in einem Mahl inne. um einfach so ein bisschen dein eigenes Lebensfeuer anzuzünden und das so ein bisschen zu stimulieren. Gerade Menschen, die vielleicht nach diesen ayurvedischen Dosha lehren, vielleicht ist dir das ein Begriff, es gibt ja hier die Kabah, Vata, Bitta, all die Energien, die vielleicht eher in der Kabah-Energie drin sind, Kabam, die sind häufig Menschen, die sehr schwerfällig sind, die eine fettige Haut haben, schwerfällig, langsam, die Zeit brauchen für ihre Energien, die vielleicht auch langsam reden, die langsam sind in ihrem ganzen Wesen, dafür sehr bedächtig, aber auch klar eine fettige Haut. Und für diese Menschen wäre zum Beispiel wichtig, dass sie ihr Lebensfeuer die anregen, weil sie sonst schon von ihrem Wesen her sehr, sehr schwerfällig sind. Und dort wäre es dann zum Beispiel auch besser, dass wir den Ingwer eher zum Beispiel in einer Buflurform zu sich nehmen, die Form von Ingwerkapseln oder vielleicht auch einfach so. Und für Leute, die sonst schon eine sehr starke Bitta-Bitta-Energie haben, die brauchen nicht noch zusätzlich viel Feuer. Also ich zum Beispiel habe schon sehr viel Bitta-Vata-Energie, also viel geistige Energie, viel Feuer-Energie, viel Impulse-Energie. Das ist jetzt in meinem Fall nicht so wichtig. Agni ist natürlich auch, die Energie der Kundalini. Und Kundalini ist das göttliche Feuer. Das heisst, Menschen, die sonst schon eine starke Feuer-Energie haben, brauchen nicht noch mehr Feuer. Also dort geht es eher darum, dass man das ein bisschen sediert mit den gegensätzlichen Energien. Und in deinem Fall, du kannst selber entscheiden, wodurch es für dich geht. Ein bisschen Ingwerde denken, auch für die Vata-Persönlichkeiten ist das sehr, sehr wichtig. Also die, die sehr geistig sind, sehr kribbelig sind, sehr so so auf dieser Ebene schwingen. Die müssen auch anschauen, dass das Feuer sinnvoll entzündet wird. Dass die Erdung einfach auch immer gut stimmt bei den Vata-Typen, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und immer zuerst gut Erden von der Knollen auszugehen, also von der Ingwerwurzeln selber und vielleicht ein, zwei Rädchen in Ingwerwurzeln abschneiden und das so zerkauen auf dem Mund. Das ist auch gut für über die nächste Woche hinweg, um einfach ein bisschen das Lebensfeuer zu entzünden. Sicherlich nicht für Vata in Spulverform und sicherlich nicht etwas, was irgendwie allzu trocken wäre, weil Vata ist sonst schon von seinem Wesen her sehr, sehr trocken, weil es sehr geistreich ist, weil es sehr schnell ist. Da braucht es nicht noch mehr von dieser Energie drin, oder? Ja, das war so ein bisschen ein Ausflug in die ayurvedische, indische Kultur. Agni, das Lebensfeuer möchte aktiviert werden für die nächste Woche. Das ist ganz klar. Das passt auch sehr gut. Vom Zeitpunkt her, weil wir ja eben die Maya-Welle haben vom göttlichen Feuer, geht es darum, dass wir alle den Stimulus bekommen, dass wir alle in unsere Bewegung kommen, in unsere Handlung kommen und dass wir aber die Handlung auch gut erden können in unserem Wesen innen und dass es so dann auch zu dem verbunden werden kann, mit unseren anderen Persönlichkeiten zu anteilen. Es nützt nichts, wenn wir die ganze Zeit umherhetzen und wir können es nicht erden, dann haben wir sehr, sehr wenig von dieser Beweglichkeit, von diesem Feuer, oder? Und es nützt uns auch nichts, wenn wir irgendwie die ganze Zeit so bedächtig sind und langsam sind und dann geben wir Feuer drei. Aber es fehlt so das Luft-Element, das Esprit-Element, oder? Es kommt immer auf die richtige Kombination an. Und ich hoffe, du hast zwischenzeitlich hier deine Kipper-Karten aussuchen können oder deine Themen pro Kipper belegen können. Und ich fahre an, von links nach rechts, was für dich hier so auf dem Spiel steht heute oder diese Woche. Wir haben hier eine kurze Krankheit, wir haben eine gute Dame und wir haben einen Diebstahl. Also das ist, übrigens, ich finde die Kipper-Karten, die alten, die finde ich irgendwie mega schön vom Design her. Ich weiss nicht, wie es für dich ist, aber auf jeden Fall finde ich dich irgendwie auch noch sympathisch. Kurze Krankheit heisst wirklich so, wie sie ist. Es könnte sein, dass du vielleicht ein bisschen Schwächeanfall hast, es könnte sein, dass vielleicht die Systeme ein bisschen durcheinander geraten, dass du dich vielleicht nicht ganz so fit im Schuh fühlst wie sonst auch. Das hat vielleicht aber eben auch mit dem zu tun, dass du dein Lebensfeuer nicht auf die richtige Art und Weise angekurbelt hast. Auch so Ingwer-Tee trinken hier für dich, ganz klar. Es gibt eine gute Dame in deinem Umfeld, irgendeine Person, das könnte unter anderem auch deine Mutter sein, die dir zur Seite stehen und dir auch einfach die Zuwendung, die Liebe geben kann. Aber vielleicht ist es auch eine gute Freundin, vielleicht ist es auch irgendeine Therapeutin oder irgendein Coach, eine weibliche Person, die in deinem Umfeld ist, die dir wirklich helfen kann, dass es da besser geht. Und mit dem Diebstahl haben wir natürlich auch die Energie zur Verfügung, dass eben die kurze Krankheit, also wenn du dich nicht so fit fühlst oder dich nicht so zweig fühlst, dass das eben auch aus der Welt schaffen kann. werden, dass da wirklich auch die Energie dir zugeführt werden kann, eben auch durch die gute Frau, die da in deinem Umfeld ist, damit du da aus deinem aktuellen Zustand, wo es vielleicht dir nicht so gut geht, wieder kannst du zur Kraft finden. Also da gibt es eine gute Fee in deinem Umfeld, eine weibliche Person, du mal schauen, wer das könnte sein, das kann eine Freundin sein, eine Arbeitskollegin, eine Vorgesetzte, eine Mutter, eine Therapeutin, eine Coachfrau, wer auch immer. Du wirst es wissen und sehen im Verlauf der Woche. Wir schauen weiter, was hier im mittleren Stapel auf dich wartet. Wir haben hier viel Geld gewonnen, das ist super, weil wir haben jetzt Ende Oktober, der Zahltag ist bei den einen oder anderen schon fällig, Ehestandskarten, Arbeit und Beschäftigung. Ja, also es kann sein, dass du dir vielleicht Gedanken machst bezüglich deiner Ehe und im Zusammenhang mit Finanzen zu deiner Ehe und was es vielleicht noch zu tun gibt im Zusammenhang mit deiner Arbeit, also mit deiner Ehe in Bezug auf Arbeit. Vielleicht ist irgendeiner von deinen Partnern oder Partnerinnen im Moment arbeitslos und es gibt eine sinnvolle Beschäftigung. Und es zeigt mir auch an, dass die Beschäftigung draussen, voraus in der Natur, im Garten, jetzt macht man ja noch ein bisschen den Garten, im Oktober, November gibt es ja immer wieder Sachen, die man im Garten machen muss, dass das für dich sehr, sehr sinnvoll wäre. Oder wenn du Zeit und Lust hast, das vielleicht mit deinem Partner zu machen, mit deiner Partnerin zu machen, weil das auch so wieder eine Nähe geben könnte oder eine Verbindung geben, die für dich sinnvoll und richtig sein könnte. Und für Geld gewinnen könnte auch einen Zusammenhang haben. vielleicht, wenn du und deine Partnerschaft euch hier wieder auf einer anderen Ebene finden könnten, wo dir neue Ressourcen anlegen könnten. Also jetzt der Oktober oder die Endzeit des Oktober ist wie auch nochmal eine Möglichkeit, dass dir eure Ehe oder Partnerschaft in eine Situation bringen können, wo dir wie nochmal Themen ansähen können, die euch dann im Frühling oder auch im Sommer wiederum einen gewissen Reichtum bescheren können, welcher ihr vielleicht heute noch gar nicht daran denkt. Also es ist jetzt auch wieder der richtige Zeitpunkt, um in der Partnerschaft neue Meilensteine zu legen, neue Projekte anzureissen, was auch immer das kann sein, damit es hier auf der Partnerschaftsebene, auf eine tiefere Ebene tatsächlich gehen kann. Und falls du nicht in einer Partnerschaft bist, ist es vielleicht auch Zeit für dich, dich zu kümmern, in eine Partnerschaft zu gehen oder dir zu überlegen, wie möchtest du überhaupt Beziehung leben, wie möchtest du deine Beziehung gestalten, möchtest du immer nur arbeiten und viel Geld auf die Seite schufeln, so wie der das so macht, oder ist es vielleicht für dich auch allgemein Zeit, deine Beziehung zu überprüfen und mit Beziehung meine ich nicht nur Beziehung zu deinem innigen Partner, zu deiner innigen Partnerin, sondern Beziehung zu allen Menschen, wo du eine Verbindung spürst. Also da gehört für mich auch die Freundschaft ganz klar dazu. Es gibt jetzt wie nochmal die Möglichkeit, dass ich allen Partnerschaften, also auch zu den Eltern, zu den Geschwisterten, zu den Freunden, zu den Kollegen, zu den Vorgesetzten und so weiter, dass man hier wie neue, dass man wie Karten neue mischen kann. Das kann für mich auch bedeuten, dass es hier wie einen neuen Arbeitsvertrag, den möglich sogar geben könnte. Und dass ein Arbeitsvertrag vielversprechend ist, auch hinsichtlich der Honorierung. Und dass das eigentlich etwas ist, das sehr, sehr auf Augenhöche geführt wird. Da sieht man hier, beide sind auf Augenhöche. Und dass das etwas ist, das das Gehen und Nein in Einklang kommt. Das ist auch sehr, sehr schön, was ich hier zeigen möchte. Gut, wir schauen und wir haben hier reicher guter Herr. Wir haben hier traurige Nachricht und wir haben unverhofftes Geld. Reicher guter Herr, das könnte ein Bruder sein, es könnte ein Onkel sein und es kommt hier traurige Nachricht und unverhofftes Geld. Es kann sein, dass es hier ist, über das müssen wir leider Gottes auch noch reden, weil es sind die typisch klassische Kipper Wahrsage Karte, dass es da vielleicht Situationen gegeben hat, die nicht so gut gelaufen ist und dass es vielleicht zu einem Erb kommen mit dem unverhofften Geld und dass es vielleicht auch in diesem Zusammenhang zu einer Traur geführt hat, im Zusammenhang vielleicht auch mit einem Vater, das ist durchaus allmöglich, wo du und deine Brüder vielleicht die Möglichkeit gehabt oder deine Schwestern aber es ist mit Recherguter Herr ist meistens ein Mann gemeint, wo es einfach all noch zu Geld erkommt, zu Geldmöglichkeiten, die sich eine neue Situation eröffnen, wo du im Moment noch sehr traurig darüber bist. Häufig ist es so, dass wir gewisse Themen nicht wirklich verstehen können, dass es wirklich zu einem Tod kommen muss. Das meine ich auf der metaphorischen Ebene, nicht nur auf der Handlungsebene, dass es zu einem Tod kommen, dass es auf einer anderen Ebene wiederum eine Erlösung geben kann, dass es wie eine Türchen aufgehen kann. Wenn sich eine Türchen schliesst, kommt eine zweite Möglichkeit, die sich dir offenbaren möchte. Es ist auch so, dass du noch eine Trauer in dir hast, bezüglich Brüderthema, das du mit dir in Verbindung bringst, wo du vielleicht auch unverhoffte Themen zu dir kommen, die sie von deiner Trauer erlösen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Es gibt die ein oder andere Themen, die sich noch diese Woche ergeben, dass sich irgendwo noch etwas im finanziellen, familiären, erbgeschichtlichen Thema ergeben können, dass es ein Thema zu lösen gibt. Die traurige Nachricht ist hier verbunden. Ein bisschen Zwiespältig hier. Ich wünsche dir viel Kraft, falls das mit einem Thema verbunden ist. Es scheint auch ein Thema zu geben, das man verarbeiten muss. Wenn etwas noch in Traur ist, dann ist es auf jeden Fall auch ein Thema, das mit dem Feuer Aspekt in Verbindung gebracht werden möchte. Es ist etwas, das erlöst und transformiert werden möchte. Ich denke immer daran, traurige Nachrichten ist für mich ein Thema, das aus dem Wasserelement kommt. Das heisst, wir haben Tränen, wir sind traurig, wir empfinden Traurigkeit, wir empfinden Traur und Wasser ist immer melancholisch, depressiv und das Feuer ist immer freudvoll, dynamisch aufgebaut. Das sind so ein bisschen Konträrenerien. Und die Energie hier möchte sich hier bei dir auch noch in einem Bereich ausgleichen. Ja, meine Liebe, das war schon alles. Für dein Sonntagsorakel wünsche dir eine ganz gute Zeit, eine schöne Woche und bis bald. Tschüss!